ich habe keine heilerin mehr und kein bahamut warum warum sessi warum schickst du die besten beiden charaktere weg ich brauche die gemein lasst uns gehen rosa war gott sei dank gute rosa geh mir aus dem weg rosa nein ich rühre mich erst vom fleck wenn ihr mich mitnehmt warum tust du das weil ich bei dir sein möchte solange wir zusammen sind ist mir egal was mit mir passiert rosa wir haben wohl keine andere wahl der oberste herzen im sturm was also gut rosa ich werde dich mit meinem leben beschützen knutschi es hat funktioniert was du dieser kampf geht jeden an nicht nur euch außerdem bin ich die einzige die kreaturen beschwören kann rüdiger du auch also gut lasst uns alle gehen wir haben diesen kampf zusammen begonnen und werden ihn gemeinsam beenden ja das sind so gute zwei beste zwei mädels so wo muss ich eigentlich hin kann ich mal kurz die karte ich glaube ich weiß wo ich hin muss ich glaube ich muss da in den kastellpalast nee du also ich will mich jetzt nicht beschweren aber ich fliege dahin ich bin doch nie blöd ich bin doch ein bisschen gar nicht ich kann dahin so jetzt aber fragen das ging nicht ist da war was voll vergessen so mist da wird der weg mir blockiert ich muss da dann da raus kannst du kannst du nicht die treppe geben ich werde den weg latschen das ist voll doof gut ja schon ja schon zu fuß und 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 gut tag oh rosa ist immer noch tot das ist ja toll ich habe den alten mann nicht mehr dabei wird er singt auch rosa machen euch den alten nicht mehr verdammt so ich will ein paar portionen da geht noch was ist auch noch ein du kriegst noch ein und ausreißen solche halbe nacht durchgemacht nein warum weißt du dann geschlafen habe habe ich geschlafen zwischen elf und zwölf also ich hab ja fast zwölf stunden geschlafen warum ich glaube ich fand das auch nicht so lustig dass wir so lange geschlafen haben wenn du stein im weg schaff das die nara hat heute morgen sehr viel gemäckert ich kann euch einfach wecken manchmal tut sie das aber ich glaube heute hat das nicht funktioniert entweder das oder sie dachte sich nee die hat kopfschmerzen die lasse ich schlafen schulden hält er sich damit überhaupt das ist doch so weiter geht fast Pudding Zwei sind tot So, der jetzt auch gleich So, ich konnte mich hier, glaube ich, heilen Oh ja Lp wiederhergestellt und Zustandsveränderungen aufgehoben Auf der anderen Seite ging, war Lp So praktisch Lp wiederhergestellt Nochmal schnell speichern So So Kennen wir schon Ihh, ich passe da gar nicht durch Komm ich denn in die Mitte Ach da Wir werden euch zum Kern führen Wer sagt das? Ach die Steine Blitzer Voller hübsch Oh, ist das hell Jep, die Musik klingt super Monduntergrund Und erstes UG Oh, ich sehe eine Kiste Wird ein komisches anderes Ding Hm Komm ich da hin? Schade Schade Keine Geheimgänge? Das macht mich aber traurig Aua 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 Weg mal Aha Wusste ich's doch Irgendwo musste es einen Geheimgang geben Guten Tag Hübsch Hübsch Ähm Blitz Gern 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 Ach komm, du heilst mal Von der Runde vorher Blitzschlag Tschüss, komischer großer Robo Der lebt ja noch Was geht denn bei dem? Der lebt immer noch Tada Ah Tod Ha Geht doch Ah, ich habe eine Hütte bekommen Gleich mal pennen gehen Komm ich da rüber Hm Eine Falle Ist mir egal, ich will das Zeug da drin haben Ups, oder? Das wollte ich nicht Das wollte ich Und schon machen sie weniger Damage Go Ramu Go Ramu Doch so viel Damage Wow Aua Aua Überhaupt die Frauen Aua Level up Dunkelrober erhalten Ähm Hier, ich habe ein paar Füllmix-Federn Da geht noch was Muss reichen So So, diese sagenumwobene dunkle Robe Wer kann die anziehen? Du nicht Du auch nicht Du bestimmt auch nicht Du vielleicht Nicht? Nicht, Robe Du zu Aha Werke geht runter Abwehr deutlich hoch Und Ausreichend Möge Resistenz Ach komm Nimm einfach Gönn dir So was ist jetzt mit diesem komischen Ding da? Ey Attacke So, die zwei schaffen wir so Aua Aua Entschuldigung Aua 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 Hier ist kein Geheimgang für die Plattform Oh, kein Na gut, dann hört mich an Ja Hat mein Namen gelesen? Aua Aua Oh, ich wollte gerade heilen. Hello! Ich habe das Gefühl, wir kommen da über die Treppe hin. Ja, sieht ganz danach aus, rechts oben. Hä, da ist eine Kiste im... Okay. Okay. Ich höre mich mit Trigger. Jetzt aber rein. Ich könnte mal was trinken, oder? Trinken ist eine ganz gute Idee. Ach. Trinken. Das habe ich mir gedacht. Ha! Verdammt! Aus dem Weg! Ich will zu meiner Kiste! So. Ne! Nein! Ich kann da nicht hin! Mann! Ah, hu! Gib mir die Kiste! Oh, gemein! Das war jetzt Mobbing. Du bist nur mit den Ohren da. W-w-was? Was? Wir kämpfen gegen zwei Frauen und ein Magier. Ich muss jetzt beschreiben, was wir tun. Da da... Da 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 da... da 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 ... Ich glaube, du auch weißt, was passiert ist. Ich bin gerade auf eine Kiste zugelaufen, in so einem... Eigentlich nicht auf der Map, sondern in Zwischenräumen. Und da ging es nicht weiter, genau vor der Kiste. Ich bin nicht hingekommen. Vorfolge mal. Ach so, Animal Crossing. Ach so. Ach, Osterevent. Ja, ja, ist okay. Ja, 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 ja. Ich finde den Osterhasen in Animal Crossing immer noch ultra gruselig. Ich mag den nicht. Bist du Schokohasen? Ich hatte letzte Woche einen auf der Arbeit bekommen und ihn am selben Tag noch vernichtet. Ich habe keine Schokohasen. Oh, Warte, 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 bevor ich weitergehe. Ich sollte wiederbeleben. Hier. Hä? Ach, da oben ist jetzt hierhin verschwunden. Drachenschild. Kein, willst du ein Drachenschild? Boah, ich gehe mal davon aus. Ich muss mich raten, ich komme da über den anderen Weg hin. Ich weiß noch, wie ich dich vor zwei Jahren erstmal aufklären musste, dass Osterhase vor Osterhase steht. Ich finde das immer noch geil. Ach ja. Ich finde es auch toll, dass er im Englischen Zipper heißt, wie vom Reißverschluss hinten. Da geht's hoch. Da sind Kisten. Oh, Kisten. Oh, Kisten. Noch eine Treppe. Kisten. Meint ihr, da gibt's Geheimwege? Da gibt's so schön Geheimwege. Wo sind meine Geheimwege? Ich muss sagen, im alten Teil waren die Geheimwege nicht so gut versteckt. Ich habe nur wenigstens gesehen, wo man lang musste. Natürlich, wenn man reinkommt, wie auch immer. Ey, ich fahre mal rein. Hier haben die Frauen gefesselt. Du, die sind schon gefesselt. Das bringt nichts mehr. Okay. Lassen wir sie einfach. Wow. Ich versuche es einmal weiter. Die, 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 die. Ha, daneben. Nein, die ist schon gefesselt. Wie oft denn noch? Ja, der ist nicht gefesselt. Hast recht. Daneben. Wow, sie hat sich gerade entheddert. Oh, es sind fast alle gefesselt. Oh, das ist nicht gut. Da, 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 da. Wenn man nur kurz wegschaut und zuhört, was spielst du da, Naira? Fesselspielchen. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Gut, hier ist schon mal kein Geheimgang. Das heißt, wir probieren es runter. Hey. Good morning. Boah, ich will was ausprobieren. Wie findest du das? Schon ganz toll, ne? Oh, oh, ja. Er ist gleich tot. Du wart rosa noch mal dran. Außer er stirbt vorher. Stirbt. Bye. Schade, 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 schade. Da ist auch kein Geheimgang, na gut. Okay, okay, okay. Ein Silberdrache. Kann der auch fesseln? Wer weiß. Er tut es zumindest bis jetzt nicht. Oh, er ist tot. Also, er tut es auf jeden Fall nicht mehr. Boah, Geheimgang. Was? Bester Geheimgang aller Zeiten. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin fast. Du bist. Vielen Dank.